Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen besonderen Video. Ja, wie man im Titel schon sieht, gibt es heute ein Monster Hunter Stories Gewinnspiel, bei dem ihr einige schöne Sachen gewinnen könnt. Ja, das Ganze wurde von der Firma Asset Scala zur Verfügung gestellt, der PR-Firma von Nintendo. Und da natürlich nochmal ein großes, großes Dankeschön, dass ich das Ganze denn auch jetzt so umsetzen darf. Und natürlich ein noch viel größeres Dankeschön, dass ich da auch meinen eigenen Teil des Preises theoretisch bekommen habe, den ich euch jetzt auch gleich vorstellen kann, damit ihr selber so eine Ahnung habt, was ihr denn überhaupt gewinnen könnt. Und ja, um euch vielleicht auch so ein bisschen heiß zu machen, hier mitzumachen. Das Ganze ist ein Set, das man gewinnen kann, also ein Set theoretisch, das jemand gewinnen kann. Und ja, das besteht aus drei Teilen. Der Hauptpreis des ganzen Sets ist definitiv mal Monster Hunter Stories. So, das sollte passen. Wie gesagt, ist definitiv Monster Hunter Stories das Spiel also an sich, mit dem ihr dann eure eigene Reise starten könnt und ja, eure eigenen Monsties sammeln könnt. Und ich kann es auf jeden Fall nur groß empfehlen. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel und ja, jeder, der es noch nicht ausprobiert hat, beziehungsweise jeder, der es noch nicht hat, hat jetzt definitiv die Möglichkeit, hier zu gewinnen. Und ja, das ist aber natürlich noch nicht alles. Wie gesagt, es besteht aus drei Teilen. Die anderen beiden sind dann noch kleine Goodies. Und das erste ist dann ein kleiner Naviro Schlüsselanhänger. Ja, so sieht man es eigentlich ganz gut. Ein kleiner Naviro Schlüsselanhänger, der ja, eigentlich ganz schön gemacht ist. Und wenn man von dem kleinen Pelzball im Spiel noch nicht genügend hat, dann kann man sich den hier einfach an seinen Schlüssel hängen und hat ihn dann immer dabei. Und ja, dann das dritte, was es noch zu gewinnen gibt, beziehungsweise was da noch dabei ist, ist ein Monster Hunter Artbook, wo ich mich ja sehr drüber freue. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich liebe ja solche Artbooks. Und das hier ist definitiv auch sehr toll gemacht. Da gibt es dann, ich sag mal, in der ersten Hälfte die ganzen Dörfer und Gebiete, die man so bereist. Hier so, da sieht man, wie gesagt, das Dorf Hakum, theoretisch am Anfang. Und ja, ich mag einfach die Winkel, in denen das Ganze gezeichnet ist. Und ja, da hat man einfach immer einen schönen Überblick über die ganzen Gebiete. Und dann hinten dran sind nochmal die ganzen Monster aufgelistet, die man so finden kann. Also ich glaube nicht alle. Ich habe jetzt nicht so genau durchgeguckt. Ich glaube nicht alle, zumindest einige, die man so finden kann. Und ja, da haben wir Rathalos und Rathian. Sollte jetzt eigentlich kein großes Spoiler sein, dass es die beiden gibt. Denn die sind ja eh in jedem Spiel dabei. Und ja, da gibt es also sehr, sehr viele tolle Sachen zu sehen in dem Artbook. Und das wäre an sich der Preis, den ihr gewinnen könnt. Und ja, ich werde euch jetzt verraten, wie genau ihr das macht. Und zwar ist es an sich, ja, ein bisschen knifflig. Sagen wir es mal so. Ihr müsst ein kleines Rätsel lösen. Und zwar werde ich jetzt gleich drei Monster, die man so auch in Monster Hunter Stories findet, einblenden. Und ihr müsst mir dann von zwei von diesen drei den Namen in die Kommentare schreiben. Das Ganze ist aber natürlich ein bisschen trickreicher als jetzt, wie es so klingt. Denn die ganzen Monster, oder die Monster Builder wurden komplett eingefärbt. Und man sieht nur noch den Hintergrund, also Quatsch, den Hintergrund. Man sieht nur noch den Umriss des Monsters. Also sie wurden komplett schwarz eingefärbt, wie man es gleich auch sehen wird. Und ja, anhand des Umrisses dieses Monsters müsst ihr mir dann verraten oder draufkommen, welches Monster sich dahinter verbirgt. Und wie gesagt, zwei von diesen drei dann richtig in die Kommentare schreiben. Gehen natürlich auch alle drei, ist klar. Wenn ihr denn alle drei findet oder seht. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr schon eine Chance, um zu gewinnen. Am besten alle Antworten immer unter dieses Video packen, damit es mir dann auch leichter fällt, da den Gewinner zu finden. Und ja, die ganze Aktion wird bis Freitagabend gehen. Also theodisch Freitag, 23.59 Uhr will ich das Ganze machen. Ich werde es dann in den beiden kommenden Monster Hunter Stories Parts auch nochmal kurz ansprechen, dass die Aktion immer noch gilt für die Leute, die es vielleicht wieder vergessen haben, beziehungsweise die es gar nicht mitbekommen haben. Das heißt ja, Mittwoch und Freitag kommt ja ein Part. Und ja, wie gesagt, bis zum 24. geht dann die ganze Aktion. Und am Samstag, dem 25. werde ich dann den Gewinner bekannt geben, beziehungsweise dann nochmal ein kurzes Video machen, wo ich dann sage, dass die Aktion beendet ist, dass man es auch schön so vor sich hat. Und ja, dann wird es ab Samstag dann irgendeinen Glücklichen geben, der dieses ganze Set gewonnen hat. Ich drücke euch natürlich alle die Daumen. Und ja, wenn ihr jetzt so ein bisschen angefuchst seid von Monster Hunter Stories und nicht erwarten könnt, bis ihr gewinnt oder nicht und mal so ein bisschen reinschauen wollt, wie euch das Spiel denn liegt oder was es denn so wirklich ist, dann kann ich euch jetzt auch nur die Demo von Monster Hunter Stories ans Herz legen. Da habe ich auch den QR-Code von euch, äh, naja, für euch. Den werde ich dann auch nochmal gleich einblenden. Und dann könnt ihr einfach den abscannen. Und schon habt ihr die Monster Hunter Stories Demo auf eurem 3DS. Also mit eurem 3DS abscannen, ist klar. Ähm, und wie gesagt, dann habt ihr schon die Demo und könnt tatsächlich sogar die ersten paar Stunden von Monster Hunter Stories anspielen. Ist eine ziemlich umfangreiche Demo, ist eigentlich ziemlich cool gemacht, um ein bisschen reinzukommen, um zu sehen, wie das ganze Spiel funktioniert. Vom Kampfsystem, vom System mit den Monstern ausbrüten und sowas, dem Reiten. Und, ähm, ja, da hat man also auf jeden Fall einiges an Spielspaß, sag ich mal, wo man definitiv sieht, passt das Spiel zu mir oder passt es nicht. Ähm, ja, wie gesagt, kann ich jedem ans Herz legen, äh, der Monster Hunter Stories noch nicht ausprobiert hat, das mal so, oder da mal so reinzugucken, äh, wie es denn so aussieht für einen selber. Und, ähm, ja, wie gesagt, dann drücke ich natürlich jedem die Daumen, äh, dass er gewinnt. Ähm, wenn ihr natürlich noch mal ein bisschen mehr sehen wollt nach dieser Demo, dann kann ich euch natürlich auch mein Let's Play empfehlen. Da, äh, sieht man, denke ich, auch noch mal einiges vom Spiel. Ich versuche auch so viel wie möglich vom Spiel zu zeigen, ähm, dass, falls Leute sich dafür interessieren, mal so ein bisschen eine große Ahnung haben und eine grobe Ahnung haben, äh, womit sie es zu tun haben. Und, ähm, ja, wie gesagt, damit soll es das mit dem Video gewesen sein. Ähm, wir sehen uns dann auf jeden Fall am Samstag wieder, wenn ich den Gewinner bekannt gegeben habe, wenn irgendjemand von euch gewonnen hat. Und ansonsten, äh, gibt es während der Zeit natürlich genügend, äh, Monster Hunter Projekte, auch Monster Hunter Stories. Wie gesagt, der nächste Part kommt dann gleich nach dem Video, sag ich mal, und dann am Mittwoch und am Freitag. Und ansonsten kommen noch genügend andere Projekte, auch genügend andere Monster Hunter Projekte, bei denen ihr natürlich immer gerne zuschauen dürft. Und, äh, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns in den kommenden Videos. Also dann, ciao! Bis zum nächsten Mal.